Die aktuelle geopolitische Lage, die bringt immense Herausforderungen mit sich und kann tatsächlich auch schwerwiegende Auswirkungen auf die gesamte Globalisierung und dann am Ende des Tages auch auf die Wirtschaft haben, vor allem auch auf unser aller Leben. Wir merken es aktuell alle, die Machtverhältnisse auf der Welt, die sind im Wandel und verschieben sich von Westen nach Osten, ob man es wahrhaben will oder nicht. Und niemand kann eigentlich so wirklich genau sagen, ob die US-Amerikaner in 10 oder 15 Jahren noch immer die führende Weltmacht sein werden. Wissen wir, ob sie abgelöst werden? Nein. Aber schon jetzt haben die BRIC-Staaten, die G7-Staaten, in der Wirtschaftsleistung überholt. Und es finden ganz offensichtlich mehr Konflikte und mehr Kriege auf der Welt statt. Das kann keiner abstreiten. Viele große Unternehmen haben schon vor vielen Jahren eigentlich im Rahmen der gesamten Globalisierung problematischerweise ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagert und allem voran nach Asien und ganz besonders vorne war natürlich schon früher China. Und das Ganze, das ist ja nett in einer Zeit, wo alles friedlich ist. Aber wir merken es doch gerade. Wie lange bleibt es denn noch so friedlich? Was kommt noch auf uns zu an Kriegen? Oder sind wir vielleicht auch schon mitten in diesem Chaos, in diesem großen Sturm drin, in diesem großen Umbruch? Viele Ökonomen, die sind fest davon überzeugt, dass wir uns total von China und Co. abhängig gemacht haben. Und dabei haben wir es nicht einmal bemerkt. Wobei vielleicht schon bemerkt, aber auch einfach nicht wahrhaben wollen. Günstige Schuhe, günstige Artikel, günstiges alles ist doch viel toller, als einfach mal was zu hinterfragen. Und einige Dinge, die stehen auf ganz, ganz wackeligen Beinen. Und dabei meine ich heute mal gar nicht mehr nur die Macht der USA oder der Einfluss des US-Dollars auf wackeligen Beinen. Nein, heute blicken wir mal auf etwas, was uns allen drohen kann, wenn der Machtkampf nochmals mehr aus den Fugen gerät und nicht nur über die Währung, sondern vielleicht auch mehr und mehr über noch mehr Kriege läuft. Darum geht es heute. Mein Name ist Jan Willhöf von axinocarpital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in sowohl Edelmetall- und Rohstoffaktien. Und um diese Themen zu verstehen, müssen wir auch die Geopolitik genauer angucken. Und wenn ihr aus unseren kostenlosen Videos etwas für euch mitnehmen könnt, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Und vielleicht auch schreibt ihr einen kurzen Kommentar unter dieses Video. Das freut uns nicht nur sehr, das hilft uns natürlich auch in der Verbreitung der Videos enorm. Wie gesagt, vielen Dank für alle, die das schon fleißig tun. Selbstverständlich ist das keineswegs. Wir freuen uns sehr. Ja, wir alle haben es gesehen. Die Corona-Pandemie, jetzt noch die jüngsten geopolitischen Konflikte, vor allem der Krieg in der Ukraine, die haben für uns ganz, ganz direkte Auswirkungen gehabt im normalen Alltag. Nicht nur ist die Wirtschaft nicht ausreichend auf Krisen dieser Art vorbereitet. Nein, am Ende auch nicht wir, wenn wir verzichten müssen oder zum Beispiel für Grafikkarten oder ähnliches das X-Fache zahlen müssen. Ja, wenn beispielsweise mal die Handelsrouten dieser Welt stillstehen, dann wird es ganz, ganz eng. Ja, und ich glaube, ganz speziell dieses Thema Handelsrouten stillstehen, da ist doch eigentlich das beste Beispiel, was wir alle auch in den letzten Jahren miterlebt haben, das Containerschiff Ever Given. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das hat mal für eine gesamte Woche den Suezkanal lahmgelegt und blockiert. Und Erfahrungen aus diesen, noch verhältnismäßig ja kleinen Ereignissen, offenbaren ganz klar, dass die stabilen Lieferketten sowohl innerhalb der EU als auch weltweit keineswegs selbstverständlich sind. Es steht alles auf ganz wackeligen Beinen. Es funktioniert vor allem in Friedenzeiten. Jetzt kommen eben noch andere Probleme dazu. Ja, wir haben noch zudem Herausforderungen im Bereich der politisch angestrebten Energiewende. Da deutsche Unternehmen die Produktion für Akkus für die ganzen E-Fahrzeuge, die wir also unbedingt haben wollen, zumindest mal politisch angetrieben, im eigenen Land versäumt haben. Wir haben eigentlich keine sinnvolle Batteriefabrik hier bei uns in Deutschland, die auch nur irgendwas beitragen kann. Die Firma Bosch zum Beispiel, die stampfte bereits vor vielen Jahren das in Deutschland geplante Projekt für die Herstellung von Akkus für Elektrofahrzeuge ein. Ja, toll, super. Wir wollen die E-Autos im eigenen Land haben, wir wollen die Energierenden vorantreiben, also nicht wir, die Politik. Und ja, so kommt es, dass wir bis jetzt eigentlich keine einzige Produktionsstätte für diese tolle Entwicklung in unserem Land haben. Stattdessen hat man schon wieder im Fall der Lithium-Ionen-Akkus den Riesenfehler gemacht, obwohl man es doch schon wusste, sich von China abhängig zu machen. China ist also einer der Big Player. Und eigentlich haben die Chinesen die Fäden schon längst in der Hand. Ein Umdenken findet bei uns nicht statt. Im Gegenteil, man sieht schon seit Jahren, dass wir mit offenen Augen in dieses Problem hineinlaufen. Und statt jetzt irgendwie mal sinnvoll zu handeln aus deutscher Sicht, lässt sich eher beobachten, wie eigentlich unsere ja starke Automobilbranche, von der so viel in unserem Land auch abhängt, mit Zulieferern und so weiter, verlegt auch nochmal zusätzlich zunehmend Arbeitsplätze von Deutschland ins Ausland. Die deutschen Arbeitsplätze werden gestrichen, die Produktion im Aufland weiterhin aufgebaut und die Tendenz ist steigend. Beispielsweise haben wir Volkswagen, ja ich komme ursprünglich aus dem Norden, sitze zwar hier in Stuttgart, aber dann kennt man natürlich Volkswagen extrem. Die haben 40 Prozent von ihrem Umsatz alleine in China. Und gleichzeitig ging auch die Produktion von Fahrzeugen im eigenen Land in Deutschland stark zurück, so hat es auch das Handelsblatt beschrieben, ihr seht es hier gerade eingeblendet. Und viele von euch haben sicherlich auch schon mitbekommen, falls nehme ich nochmal hier den ganz klaren Warenaufruf, ja. Denn auch Mercedes plant auch seinen Verkauf in Deutschland verrückt zu fahren und Teile der wirklich Verkaufsstätten an chinesische Investoren zu verkaufen. Soweit die Gerüchte, soweit der Plan. Also man sagt, wir produzieren nur noch Autos, verkaufen, das können die Chinesen im eigenen Land hier vor allem auch in Stuttgart machen. Und das Wichtigste, das kommt aber jetzt erst und viele wissen nicht, was ich euch gleich erzähle. Und dabei wird ganz besonders der Blick auf Taiwan gehen. Und sollte ein Krieg in Taiwan ausbrechen, könnte das eine der schwersten Ereignisse werden und sehr wahrscheinlich der Mittelpunkt der Machtverschiebung bilden. Ihr werdet jetzt erfahren, wie wichtig Taiwan auch für unser Leben ist. Wie bei Axino, wir hoffen, dass es zu keinem weiteren Krieg kommt. Wir hoffen, dass alle kriegerischen Aktivitäten schnell eingestellt werden. Aber wir wissen und sehen es doch schon länger. Eigentlich ist dieser Konflikt rund um Taiwan eine Frage des Wann statt des Ob geworden. Da gehe ich gleich nochmal ganz im Detail drauf ein. Aber ganz interessant, um jetzt mal dieses Thema mehr einzuleiten. Ich bin hier tatsächlich über eine ZDF-Doku gestolpert. Die hat eben dieses gesamte Thema der Globalisierung nochmal ein bisschen aufgegriffen. Und wie das halt so ist bei Dokus von ZDF, da sind solche und solche Aussagen drin. Manche muss man vielleicht auch nochmal hinterfragen. Wobei, ihr solltet generell eigentlich alles hinterfragen, was ihr irgendwo hört. Das bringt euch immer was. Und auch immer die Frage, Kui Bono, wem nutzt es? Also wenn jemand was mit großer Reichweite publiziert, was hat er vielleicht auch sogar davon? Aber ein wichtiger Punkt, und der ist jetzt hier bei Minute 14, 20 ungefähr. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen das jetzt hier natürlich nicht einspielen, aus rechtlichen Gründen. Aber dieser Ökonom hier, namens Sultan Possat, ist nicht nur irgendein dahergelaufener Ökonom, den man mal auf der Straße gefunden und befragt hat, sondern das ist einer der absoluten Top-Ökonomen, der sich auch tatsächlich, ja, etwas kritischer mit den Kulissen hinter den Bankenwelten beschäftigt. Und das Wall Street Journal, das hat auch schon mal über ihn beschrieben, und ich zeige es euch hier mal ganz kurz, die schreiben über ihn, Der in Ungarn geborene Ökonom wurde zum Rockstar in der Finanzwelt durch seine Analyse mysteriöser Marktdynamiken und Einblicke hinter die Kulissen darüber, wie Geld durch die Leitungen des globalen Finanzsystems fließt. Und dieser eben sehr, sehr spannende und renommierte Analyst, der sagt, in dieser ZDF-Doku, ein ganz kleiner Teil, wird von vielen ignoriert, aber für mich einer der wichtigsten, dass die Globalisierung eine Phase der Geschichte darstellt. Und dann wird es auch wieder eine kriegerische Phase geben. Wird nicht weiter beleuchtet in der Doku, aber ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Ich glaube, wir alle sehen gerade das Ende dieser Friesensphase ganz eindeutig. Aber wieso geht es jetzt ausgerechnet um Taiwan? Was ist das große Problem in der Geschichte um Taiwan? Das möchte ich euch jetzt nochmal im Detail erklären. In Taiwan ist nämlich eine der wichtigsten Firmen, nämlich die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz auch TSMC abgekürzt. Das ist ein börsennotiertes Unternehmen, ein Chip-Hersteller, der eben ganz besonders im Auftrag von großen Tech-Unternehmen, ein paar Namen, Apple oder auch Nvidia, die Chips herstellt. Und TSMC ist für die Branche absolut essentiell, da kein anderes Unternehmen weltweit eine so fortschrittliche Technologie für sich, für seine Kunden entwickelt hat. Und demnach haben natürlich auch extrem viele der großen Tech-Unternehmen sich absolut abhängig von einem einzigen taiwanesischen Chip-Hersteller gemacht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Apple. Also so viele Leute in Deutschland haben iPhone, iMac, was nicht alles. Und Apple lässt die Chips fürs iPhone ausschließlich dort in Taiwan herstellen. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie wichtig dieser Standort ist und warum vielleicht auch die Amerikaner sich auch ganz klar für Taiwan positionieren müssen. Aktuell führt ja China verstärkt Militärmanöver vor der Küste Taiwans durch. Und hier bei uns im Westen sieht man das wohlmöglich auch für ein Training auf einen Angriff gegenüber Taiwan. China erkennt ja nämlich Taiwans Unabhängigkeit nicht an. Und wenn dort eine Invasion seitens Chinas käme, dann stünden wir alle vor ernstzunehmendem Problem. Natürlich, die USA müsste wieder ordentlich Geld drucken, damit die USA auch dort vor Ort ihren Krieg führen können. Sie müssen es führen. Sie haben sich dieses globale Imperium aufgebaut. Und ihr seht ja, wie extrem abhängig eigentlich die gesamte USA von dem Land ist. Überlegt mal, welche Firmen führen denn vor allem noch die Indizes an? Gerade die US-Indizes. Das sind doch fast alles Tech-Unternehmen. Und wenn die alle ihre Chips dort aus Taiwan bekommen, dann ist es eher tatsächlich die USA vom Taiwan abhängig als andersrum. Da geht es auch, glaube ich, nicht darum, den Taiwanesen zu helfen. Und ich glaube, auch den Amerikanern geht es weniger darum, die Demokratie und die Freiheit der Menschen dort vor Ort zu verteidigen. Den Amerikanern geht es vor allem darum, ihren eigenen Hintern zu retten. Ja, soweit ist meine Prognose. Ich möchte mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, die gerade beschriebenen Fakten sprechen eigentlich für sich. Und all das sind Probleme, welche die Weltwirtschaft direkt ins Markt treffen würde, sollte dort ein Konflikt nochmals heiß werden. Und wie drastisch die Auswirkungen auf die globalen Lieferketten von Halbleitern sind. Ich glaube, das alle können wir schon erahnen, was passieren würde. Klar, man kann auf andere Chip-Hersteller umsteigen, ja. Aber die gesamte Chip-Produktion der Insel käme im Falle eines Krieges zum Erliegen. Und das wäre ein Riesendesaster. Und wenn wir uns die Statistik mal genau ansehen, dann sehen wir, dass die weltweite Abhängigkeit von Taiwan als Land, als Chip-Hersteller absolut gigantisch ist. Vor allem auch in Bezug auf diese winzigen Mikrochips, ja, die werden eigentlich in all unseren Hightech-Geräten in irgendeiner Art und Weise verwendet. Es, ja, also fast nichts mehr geht ohne wichtige Mikrochips. Und wir sehen mal, wie intensiv dieses Thema auf uns werden kann. Denn, wie gesagt, TSMC versorgt einen Großteil der Welt mit jenen Halbleitern und produziert, und das ist ja sowieso noch der Knaller, bislang fast ausschließlich in der Heimat in Taiwan. Und es gehen interessante Gerüchte um, ja, weil China sicherlich gerne in den Besitz dieser Fertigungsanlagen kommen möchte, so sagt man es zumindest, haben wir Quellen tatsächlich gefunden, wo es heißt, Gerüchten zufolge wird bei TSMC schon auch darüber nachgedacht, die komplette Produktionsanlage im Falle einer Invasion seitens China komplett zu zerstören. Ich denke, man ist da natürlich auch im Austausch mit der USA, weil man möchte diese wertvollen Chips und das Wissen natürlich nicht in die Hände des, ja, vielleicht in dem Fall dann Feindes fallen lassen. Das Ganze wäre ein Riesenproblem für, ja, nicht nur für die Amis, auch für uns am Ende des Tages, ganz klar. Ja, die Firma geht schon aktuell dazu, über Produktionsstätten außerhalb des Taiwans zu errichten. Das macht übrigens auch Sinn, ja, Diversifizierung ist ein ganz großes Thema, nicht nur bei Aktien, sondern natürlich auch bei solchen wichtigen Firmen, ist das Ganze trotzdem keine kurz- oder mittelfristige Lösung. Ja, von Taiwan kommen wir, was Chips angeht, nicht mal schnell weg. Wir wissen es natürlich alle nicht, wird der Krieg kommen, wird eine Invasion stattfinden, aber was wir definitiv, ja, mal so offen spekulieren können, ist, dass die Amerikaner um jeden Preis sich hinter Taiwan stellen würden. Natürlich ist ja auch diese zunehmende Zusammenarbeit, die China und Russland führen, ein weiterer Dorn im Auge, insbesondere für die G7, wo wir auch zugehören, aber natürlich vor allem für die Amerikaner als Anführer dieser gesamten westlichen Welt. Man kann also ganz klar sagen, dass, ja, wir uns im Westen in einer wirtschaftlichen Zwickmühle befinden. Wir haben keine Rohstoffe, wir haben kaum Technologie, wir haben, ja, wir haben eigentlich super wenig, ja. Vieles befindet sich schon jetzt im Besitz der BRICS. Wir haben kaum Öl, wir haben relativ wenig Gas. Natürlich, die Amerikaner hat von allem, von Rohstoff, von Technologie und auch von Öl und Gas ein bisschen was, aber wenn es dann heißt America first, ja, dann stehen wir aber auch blöd da. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten noch zuspitzt. Ich glaube, wir sind hier ganz klar an einem Wendepunkt angekommen und ich glaube, wir alle können uns ausmalen, was es bedeutet, wenn wir hier einen weiteren heißen Konflikt sehen. Wir sind super abhängig von allem um uns herum, haben uns kaum ums eigene Land gekümmert. Wir fahren hier in Deutschland viele, viele Dinge, viele Industrien gegen die Wand. Wir zerstören den Mittelstand. Wir machen uns so sehr von allem abhängig. Aber am Ende des Tages handelt die Politik nicht. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wie es mit den Börsen, wie es auch mit uns in Deutschland und generell unser aller Leben in den nächsten Jahren weitergeht. Ich glaube, es wird sich vieles verändern. Ich glaube, wir können uns auch vieles noch gar nicht vorstellen, wie es sich verändern wird. Ob es so kommt, wissen wir nicht. Schreibt aber gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Habt ihr gewusst, dass wir so extrem abhängig von den Chips sind? Gerade, dass quasi alle Chips für die iPhones in Taiwan in einer Fabrik hergestellt werden. Für mich war es tatsächlich neu. Und ich glaube, es hat nochmal ganz klar gezeigt, wie wackelig unsere aktuelle und wie kitzelig unsere aktuelle Situation ist. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns hier im nächsten Video wiedersehen.